Rummenigge spricht über Anandes, Atletico dementiert ein weiterer Weltmeister für den FC Bayern? Laut der spanischen Zeitung Marker will der Rekordmeister im Winter Lucas Anandes, 22, Vertrag bis 2024, von Atletico Madrid verpflichten. Für den französischen Abwehrspieler werden demnach 80 Millionen Euro fällig, Bayern soll eine Ausstiegsklausel ziehen, heißt es, Anandes dann in München einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Spieler und Klub sollen sich einig sein, aktuell steht mit Corentin Tolisso, 24, schon ein französischer Weltmeister im Bayern-Kader, an einer Verpflichtung von Benjamin Pavard, 22, Stuttgart, hat der Klub zudem großes Interesse. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich nach dem Sieg der Münchner gegen Leipzig vielsagend, ich kann nichts dementieren, ich kann auch nichts bestätigen, bestätigen kann man erst etwas, wenn es fix ist, aber fix ist noch nichts. Und weiter, jetzt warten wir mal ab. In Spanien gibt es ja immer eine Ausstiegsklausel zu allen Zeitpunkten, und das ist in diesem Fall sicherlich ein Vorteil. Ein klares Dementi klingt anders.Atletico Madrid gab dagegen eine Pressemitteilung heraus, darin heißt es, dass es keine Einigung zwischen den Münchnern und Anandes gäbe und der Spieler den Verein keinesfalls verlassen wolle. Atletico betonte die hervorragende Beziehung zu den Münchnern. Atletico Präsident Enrique Cerezo hatte bereits zuvor dementiert, momentan ist Lucas Anandes Spieler von Atletico, und er will hier bei uns weitermachen, wird Cerezo vom spanischen Sportportal Sport.io zitiert, ganz ehrlich, mir ist das Angebot von Bayern nicht bekannt, auch nicht, dass sie die 80 Millionen Ausstiegsklausel zahlen. Wir bauen eine Mannschaft auf und verkaufen nicht. Sportdirektor Hasan Salihamidzik, 41, hatte nach dem 3 zu 3 in der Champions League gegen Ajax angekündigt, klar, der Wintertransfermarkt ist limitiert, es ist schwierig, aber wir haben unsere Augen offen und werden sicher versuchen, etwas zu machen. Anandes spielt seit 2014 für Atletico, er wurde 2018 Europa-League-Sieger. Im Finale der WM in Russland im Sommer spielte er gegen Kroatien, 4 zu 2, über 90 Minuten, sollte der Deal wirklich so wie von Marka verkündet über die Bühne gehen, wäre es der bisher teuerste Einkauf der Bundesliga-Beschichte. Bislang liegt die Rekordmarke bei Julian Draxler, für den der VfL Wolfsburg 2015 inklusive Boni 43 Millionen. Euro an Schalten 04 überwies. 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 Untertitelung des ZDF, 2020